hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video mein name ist tanz und heute zeige ich euch ein neues xbox series tutorial warum sage ich nur series weil es ist für die xbox series x und auch für die serie s und heute zeige ich euch wie der titel schon verraten hat wo ihr die dynamischen hintergründe einstellen könnt und vor allem verändern könnt und da will ich euch jetzt zeigen wie das funktioniert zunächst drückt ihr bitte den xbox guide button das werde ich euch hier eben einblenden wie ihr diesen findet an eurem controller das ist nämlich der große xbox knopf da drückt ihr einfach drauf und dann kommt hier der xbox guide und diesen xbox guide da wechselt ihr oben mit lb oder rb euer profilbild das werdet ihr mit sicherheit erkennen da klickt ihr drauf und dann findet ihr hier unten die einstellungen auf die einstellung da kriegt ihr dann mit a drauf und dann seid ihr in den einstellungen hier wechselt ihr dann bitte auf anpassen also allgemein dann auf anpassen in anpassen wechselt ihr bitte auf meine farbe und mein hintergrund und dann wechselt ihr auf meinen hintergrund nach rechts und geht in den dynamischen hintergründe da wechselt die rein und hier könnt ihr euch jetzt natürlich einen der hintergründe aussuchen der der aktiv ist wird immer mit einem haken versehen also wenn wir den jetzt wechseln zum beispiel auf bänder dann wird hier der haken gesetzt wenn wir jetzt zurück ins hauptmenü gehen also ins dashboard dann haben wir bänder im hintergrund das ist eigentlich ganz einfach und ich hoffe natürlich dass dir dieses kleine tutorial wieder weitergeholfen hat wenn ihm so ist lass mir gerne daumen nach oben da abonniere den kanal aktive die glocke damit du hier keins der weiteren videos verpassen wirst und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen ich wünsche dir einen schönen tag morgen mittag oder abend oder wenn du jetzt zu bett gehst eine angenehme nacht euer hans ist raus cheers Outro 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 Outro